Alle schon am Arsch sind, weil sie alle schon gestorben sind. Wollen einem mal was beschwören, oder? Unnötig, unnötig, Gigi. Ich brauche mehr Zeit. Für die legendäre Braus. Für den Ba-ba-ba-ba-bausen haben wir wieder was. Na, bester nachisch. Für die legendären Dutel. Was ist denn überhaupt so besonders an diesem Ort? Was würde Lilith hier wollen? Tja, ich habe keine Ahnung. Brava sagt uns nichts. Niemand geht hier rein. Nichts kommt raus. Das ist alles. Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Ja, weil ich glaube, ich habe sogar die Fähigkeit am Start. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Aber Segeln, glaube ich, sollte ich dabei haben. Der Sucher. Verwüster. Segeln. Ja, ja, ja. Segeln habe ich hier am Start. Passt, 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 passt. Er zahlt sich das schon mal aus. Er zahlt sich schon mal das definitiv aus. Das passt dann eh. Extra doch mit mehr Schaden und so weiter und so fort. Auch noch eine Fähigkeit, die ich sehr, sehr gerne nutze. Dementsprechend, da hat man ja nur gewonnen. Da hat man ja nur gewonnen. Ja, sein Sticker könnte vielleicht trotzdem noch interessant sein. Würde ich jetzt mal sagen. Es könnte interessant sein. Extra die Fähigkeit austutzen. Extra die Fähigkeit austutzen. Nur damit wir schnell unterwegs sind. Ja, aber leider nichts. Leider nichts Besonderes. Aber dafür war das eine legendärische relativ gut. Ja, da kann ich nichts dagegen sagen. Da kann ich echt nichts dagegen sagen. Ich finde das so super, dass wir das so schön ausnutzen können. Allein schon auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Die ist so dermaßen wild. Man merkt schon einen ordentlichen Unterschied. Das merkt man schon sehr, sehr stark. Spürt man schon sehr. Da. Na gut, viel Spaß. Auf der anderen Seite. Er soll da kommen, Alter. Ich warte. Da kommt ja noch keiner. Kommt ja noch keiner, Alter. Die sind alle zu schwach dafür. Viel. Zu schwach. Selbst der Storke, aber der ist schon in alles daheim. Das kannst du eh vergessen. Das kannst du eh vergessen. Das ist unnötig, Alter. Ich glaube, ich reich jetzt, Alter. Ich gehe eh alle in. Ich möchte nicht länger mich. Du hast ge forgotten. Das bin ich jetzt persönlich. Ich würde mich nicht mehr profitieren. Ich will mehr wie mal bei der Body viene gehen. Oder so. Nein, Alter. Das war ich nicht. Geh. Geh. Warum sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hat es nicht tun sollen. Ich bin jetzt halt. Der kritische Hase mit der langen, schmalen Nase hat man wieder zugeschlagen. Oh ja. Diese Feder sind abnormal krank. Diese Feder sind so dermaßen krank, oder? Es macht so einen Heidenspaß, oder? Bist und Deppert, oder? Das ist geil. Es ist so dermaßen geil. Für mich ist jetzt gerade wieder das Spiel so eine richtige 10 von 10 geworden, oder? Das ist krank. Ich darf mich nicht zu sehr jetzt wieder beeinflussen, weil dann will ich nur noch Diablo zocken. Das ist scheiße. Und ich kenne meine Sucht in Diablo. Ich könnte da stundenlang reingrinden. Ich kenne das, dann will ich gar nicht mal in die anderen Spiele mehr zocken. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist wirklich Gift für mich. Da kannst du gleich mal heilen. Das sehe ich ja. Mal schauen, was ich das wegleinere. Wow. Hat sich damit auch ein bisschen aufgeklärt, das Wegle. Juuu. Niemand da. Da gibt es schon was Leim. Das sehe ich ja nicht. Ich kann schießen. Das ist okay. Los. Oh, mit dem Pferd, oh mit dem Cloud. Haha, so ein geiles Püro, oder? Geil. Was hast du denn da noch so was? Angriffsgeschwindigkeit. Ja, ja. Angriffsgeschwindigkeit kann man gerne mal wechseln. Chancen von bis zu 15% zu heilen. Glückstreffer. Interessant. Ich glaube, ich wäre sogar besser. Naja, puh, geht die Chance. Ja, mit der langen, schmalen Nase, sage ich mal. Ja, Nina. Ist auch nicht schlecht. Ist auch definitiv nicht schlecht.